moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr euch mit breeds selber boosten könnt leute das ist sehr einfach und kann euch vielleicht bei der ein oder anderen situation wirklich sein und zwar braucht ihr dafür nur eure old ich werde das video jetzt auch so kurz wie möglich halten ihr geht einfach irgendwo hin in irgendeine ecke was auch nicht so allzu hoch ist wie zum beispiel hier drückt auf die und noch ein sehr guter spot leute wo ihr euch mit breeds selber boosten könnt ist hier auf b hinter dieser wand ihr geht auf die kiste drauf macht dasselbe naja das war es auch schon leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja schreibt mir in die kommentare lasst ein like da und wenn noch nicht abonniert hat kann das jetzt gerne ändern ciao und bis zum nächsten mal